User, join your channel! Alter! Er versucht! Ich sage dir was, er hat das verdient! User, join your channel! Ja, er hat verdient! So, damit herzlich willkommen zu deiner weiteren Folge auf deiner Relef FAQ! So, neuer Versuch! Er flüchtet! Er flüchtet! Er flüchtet! Er flüchtet! Du scheiße! Tschüss! Er läuft! Siehst du das, oder was? Ja, ich sehe ja sein Sechseck! Ach, er wurde getasert! Ich geh nochmal da rein! Da gibt mir ein kleines Haus! Okay! Äh... Mikey, wo bist du? Ich hab sie! Bin zu! Kürze jetzt! Wir stehen uns dafür vor der Tür! Wir sind breit genug dafür! So, das gleiche Spiel jetzt noch einmal! Wenn sie sich jetzt nochmal weidern, dann müssen wir ihnen leider die Waffe des anderen Weg wegnehmen! So, das gleiche Spiel! Der Wort hat schon wieder gedacht! Äh... 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 Okay! Und diesmal so! Der Herr Yogi! Wer ist das? Ich weiß es nicht! Wir gehen auf Streife! Ach, der kennt den Yogi nicht! Wir kennen auch keinen Yogi, ne? Ne! Wer war das? Ja, eben! Wer war das? Ja, die Zeiten haben sich jetzt wirklich voll verändert! Weißt du was? Hey, Entschuldigung! Loll! Server Restart in 30 Minuten! Ah, die ist schon wieder geändert! Keine Ahnung! Ey, das ist doch scheiße! Also, sie haben umgeschaut auf 5 Uhr! Ja! Virtuell! Dann... wird das jetzt eine etwas kürzere Aufnahme-Session! Yay! Das haben wir nicht! Wenn wir jetzt solche Scheiße nicht passieren, wir werden es durchschaffen! Ne, hätten wir auch nicht geschafft! Ja, ich glaub schon doch! Ja, okay! Ich allein mit meinen LKWs schon, aber... mit eurem größeren LKWs ist ja ein bisschen schwieriger! Ey, was ist... Die fahren weg! Ey! Ey! Lass mal das... Lass mal das Elektro fahren! Mhm! Haben wir! Jogi, wo bist du? Achso, siehst du noch! Ja, wir fahren dann raus! Hallo? Ach nee, warte! Ich glaub, er wird wiederbelebt! Echt? Ja! Warte! Warte, siehst du! Der Herr braucht Hilfe! Oh ne, 11! Okay! Das mag ich jetzt scheiße, aber egal! Ich bleib mal hier stehen! Obwohl, der wie ist der, gehen wir mal runter! Ja! 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 Am besten bevor wir in den Schuhe festgeschneiden! Warte, wir... Das nicht hier, gell? So, wir fahren hier! Kann doch nicht sein! Wieso... Bei mir liegt er hier noch irgendwo... User in your channel timed out! Hier fliegt eine Drohne! Wo? Hier fliegt irgendwo eine Drohne! Woher weißt du das? Ich seh nenet! Weil ich die höre! Hörst du das nicht? Hier! Echt was für dich! Pfhhh! Ja! Aedrohne! Das wird immer lauter! Gott... Wie kommt der denn hier rein? TuduATOR DOOR thats the勝 von K好像! Du한데 wurde wieder belobten! Hellya! Hallo! Hörts! Er redet ihr überhaupt nicht? Jogi ist... Mikey, ich glaube die... Ey, Jogi! Jogi, mach mal deine Stimme auf laut, wir können dich hier nicht hören. Ah, jetzt können wir ihn hier hören. Nichts? Brauchen sie da noch irgendwas, vielleicht Kopfschmerztabletten oder äh... Ach, da drinnen sind die. Du musst dagegen springen und dann in den Ego-Pest-Tier schalten, dann kannst du sehen, was hier hinter los ist. Ich knalle dich ab. Nichts. Lass den Jogi mal abholen. Ich versuche so schnell wie ich kann. Nichts. Geh weg. Hinter der Wand. Weg. Weg. So, dann gebe ich ihnen jetzt einmal hier eine Wasserflasche. Ja, weiter weg. Weiter, in ihr Auto steigen und wegfahren. Geh weg. Hier drin. Also hier liegst du. Entschuldigung. Ist doch die Tablette dran. Ne, wer sind sie denn? Warum kommen sie einfach aufs Gelände? Ja, ich wollte meinen Kollegen abholen. Ne, das dürfen sie nicht. Da können sie trotzdem vorne warten. Ja, wir warten aber schon sehr lange. Ne, ne, ne. Ich bin außer Pust, ich bin da nicht so trainiert wie sie. Ja, davon weiß ich schon, dass ich gar nicht hier darf. Ja, ja. Ja, ja. Tja. Das klappt haben wir nicht. Ich wollte mein Kamer noch aufbessern, aber naja, nun. Soll ich mal ein kleines Haus machen? Soll ich kleine Haus machen? Ne, Spaß. Ne, ich vergesse es. Radar. Wo ist die Drohne? Noch ein Weg. Was steht jetzt? Boah, Boah, Boah. Boah! Ach, wer hat er guideline verbreitet? Es kommt auf電 das News zu. Warum habe ich geklust? 500 Strafe muss ich bezahlen für deine Gewalttätigkeit, für meine Gewalttätigkeit und 1000 für meinen Vater, das ist auch weg, Futsch. Auch ein neues. Ja, ne, 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 fang gar nicht so an. So, das zählen wir jetzt auf der fährte Richtung Elektro. Debbie, komm, wir müssen unser LKWs einparken. Gleiches Server restart. Ja. Schon? Ja. Weiß ich nicht, entweder haben die das schon wieder geändert oder die haben den Server restart vorgeschoben. Ich kann nicht, also ich bin drin. So, Jogi, also du willst 20.000 machen. Ja, für die Waffe. Du brauchst gar nicht mit mir schmusen. Also, nimm mal den Arm von mir weg. Was machst du denn da? Du musst gar nicht bei mir einschleimen. Was soll der Scheiß jetzt? Die Waffe, Jogi, die 20.000. Die kriegst du aber nicht. Wie? Ja, du, hä, du hast, du hast selber Schuld. Warum haust du mich denn direkt vor der Polizei K.O.? Warum? Weil du das verdient hast, ganz einfach, weißt du doch. Ja, damit hast du das auch verdient, dass deine Waffe weg ist. Ey, ich war kaum auf dem Server drauf, da krieg ich direkt ein Übergebraten. Wer hat da also angefangen? Ich hab aber nur einmal, ja. Du hast es sehr oft, ja. Ja, und ich hab mich dann nur revanchiert für die anderen hunderte Male, die du mich schon niedergeschlagen hast. Als ich... Als ich... Als ich... Als ich... Ne, 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 da war, da war ich sogar unbewaffnet. Ja, ich war auch unbewaffnet als zu mich niedergeschlagen hast. Du hast eine Waffe in einem gehabt, du Drottel. Ja, kannst du das auch beweisen? Du hast immer noch ne Waffe und ich hab keine, das ist der Beweis. Alter, ich rede jetzt nicht von heute, sondern vom anderen Mal. Klar, brauchst du nur bei meinem, äh, ja, der Yogi, guckst du mal auf meinem Kanal. Was? Du hast nen YouTube-Kanal? Ich hab nen YouTube-Kanal, ja, ja, ja. Da kann man sich das alles anschauen, das sind alles Beweise. Was ist YouTube? Der hässliche T-Shirt, was du da an hast. Du hast da eine komische Brille auf. Meine Ahnung, die war im Sentar, aber dafür ist mein Fadag weg. Meine Ahnung, wo die da kommt. Ja, mein Gott, wir hoppeln ja nicht wieder hier rum. Ja, das ist halt der Geländewagen, ne? Das ist ein Häschen, ein Häschenwagen. Ist da etwa jemand in der Aufnahme? Ey! Boah, voll weg genug, ey, geil! Fuck! Sevi, mach auf! Sevi! Mach die Karre auf! Alter! Was soll das? Los, runter da! Los, runter da! Was macht ihr da? Ich hab keine Waffe! Unter da! Was soll das? Dies ist kein Überfall! Pack die Waffe weg, das ist kein Überfall! Das ist kein Überfall! Ich hab keine Waffe! Ich pack die Summe weg, ja? Ich bin waffenlos! Ja, guck, ich hab weggepackt! Ich hab nix! Du reparierst jetzt hier schön die Karre, ja? Wie denn? Ja, ein schönes Auto! Das ist kein Problem! Du! Du! Ich hab keine Worte verstanden! User, verbringst du deinen Kanal! Ich bin schon eine halbe Stunde lang damit rumgefahren, da war kein Problem! Ihr mich gerannt habt! Du bist einfach auf die Straße gefahren. Hab's doch gesehen. Von links, äh, von rechts bist du links reingefahren. Deswegen ist das der linke Reifen kaputt. Hast du verloren? Ich hatte einen Reifen weniger. Was? Du hast kein Rauf mehr? Ich hab einen Reifen weniger. Einen Reifen weniger? Ja, ist ja klar, wenn du uns rammst. Dann hattest du schon davor. Hattest du einen Reifen mehr, jetzt hast du einen weniger. Ja, das warst du auch schon mal ein weniger. Ja, dann weiß ich auch nicht. Ah, jetzt soll er mit so einem kaputten Ding hier durch die Gegend. Ey, das ist doch verkehrsgefährdend. Definitiv, jetzt hab ich mich reingefahren. Scheiße. Jetzt packen Sie mal die Waffe weg. Wer will denn? Ja, ist Steuerung hart. Äh, Schifthaus. Du, deine Beine. So geht das. Hä, wirst du mich verarschen? Ich wollte eigentlich zu sehr viel Händler fahren. Ähm... Ja, du brauchst ein Auto. Ja. Brauchst du ein richtiges Auto? Ja, aber mit der Karre kommst du doch nicht weit. Ja, dann wollte ich auch zu sehr viel Händler fahren. Ja, dann reparier den doch mal. Und? Ja, guck mal, das macht jetzt hier der Maike. Der hat ja verräter dafür. So nett sind wir. Mhm. So. Ah, guck, schon ist die Karre wie neu. So, wir können fahren. Tschüss. Mach mal auf. Jogi, noch können wir nicht fahren. So. Fahre mich jetzt nicht auf. Ja, ich bin eh. Ei. Affaira. Jetzt ist er schon wieder. Hahaha. Hahaha. Ich werde wieder kaputt gemacht. Hahaha. Das ist geil. So. Hahaha. So sehr wie ich komme. Und wir fahren weiter. Ey, ich muss noch immer noch reparieren. Achso. Das musst du nicht. Achso, da ist doch ein Reifen kaputt. Sebi, jetzt komm mal hinne hier. Wie lange brauchst du denn für diesen einen Reifen? User left your channel. Achsehalle, wie ist der Baby? Soll ich dir mal zeigen, wie das geht, Sebi? Hier guck mal auf. Hä? Ich hab... Genau so gehts hier. Gucke und staune. Ich hab gerade rein gemacht? Anscheinend nicht. Du musst die Waffe ablegen. Holster die mal. So. Tada. So. Jetzt alles einsteigen hier. Jetzt hat der... Was denn das jetzt? Nicht fahren. Ich bin doch nicht... Jetzt komm rein! Ja, Mann. Mach doch nicht immer aus dir. Und Sebi, schließ mal ab. Sonst fall ich wieder raus. Jetzt schluss der Sebi mit mir. Jetzt gibts doch nicht. Oi. Toi, was ist das? Ja, du kannst auch nicht besser fahren. Er fährt auf wie der letzte Trottel, ey. Mach mal... Mach mal Licht an. Ja, das ist kaputt. Außerdem das Rücklicht ist an, ja. Oh, Alter. Nebel. Ich seh nichts. Hast du... Hast du kein Nachtsichtgerät? Doch, hab ich. Aber es ist Nebel. User joined your channel. Ich hab ein Nachtsichtgerät. Ich kann es jetzt aber nicht aufsetzen. Ja. Alter. Was? Nein. Ja, du bist schuld. Wieso hast du nicht angemacht? Alter. Weg, weg, weg. Lauf, Lauf. User joined your channel. Jetzt geht es ohne Licht. Ich kann es auch nicht sehen. Nun schreie ich ihn aus. Ah. Oh nein, 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 nein. Ich hab gleich kurz gedacht. Weil die Farbe ist schwarz. Was? 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 Was fahren wir überhaupt ohne Licht hier? Ja, das Licht ist kaputt, Mann. Ja, ich wollte hier reparieren. Aber du wolltest unbedingt fahren. Wie fahren die denn? Warum fahren die denn einfach mitten? Ich bin nicht mehr gefahren. Mitten auf der Straße. Ich bin nicht mehr gefahren. Wir haben uns nicht gesehen, du Depp. Wegen dir. Weil du wolltest zuschneiden. Aber trotzdem bin ich nicht gefahren. Aber trotzdem fährt man hier mitten auf der Straße. Alter. Gib mir doch ein Piss. Was? User left your channel. Wer sitzt da jetzt? Keine Ahnung. Hüste, die nehme ich mit. Hilfe. Hä? Hilfe. Sebi, machen wir das Auto aus. Okay. Ich bin nicht raus. Danke. Und jetzt fließt sie wieder ab. Hab ich. Ich bin nicht krank. Alter. Wieso? Ohne Scheiß. So geht das nicht. Ohne Scheiß. Hier geht's dran. Nein. Ich heil mich gerade. Hä? Ey, wieso? Sag mich, hab ich keinen mehr. Hast du keinen mehr? Und... Ne, doch. Hab ich noch zwei Stück? Und sind dann... Und dann... Und... Und dann... Plötzlich hier auch... Ja, dann... Mach doch! Kfz reparieren. Ja, endlich. Ich kann's nicht. Ich hab keinen Schlüssel. Was können Sie denn? Guck mal hier, der fährt auch so wie so ein letzter Henker hier. User joined your channel. Ja. Die Mörder. Alter, wieso... Steig erstmal raus... Ja, und die... Und die Herren hier, in denen, was weiß ich, was... Was das für ein komisches Auto ist, sind aus der scheiße Straße-Seite gefahren. Ey, jetzt erstmal Ruhe hier. Ja, jetzt erstmal Ruhe hier. Ja, jetzt erstmal Ruhe hier. User joined your channel. Genau, das sehen wir in dieser Folge. Tschüss. So, hi, da sind wir wieder. Machen Sie immer das Blick nicht aus. Sehe ich sicher nicht. Ja, ich... Hätte hätte Fahrradkette. Ja, hätte hätte Fahrradkette. Ja. Und wenn hier jetzt noch einer schreit, ja, das passiert dort. Ohne Scheiß. Ja. 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 Natürlich habe ich nicht ausreichend dabei! Ich würde, redet die mit mir, oder? Ah, ok, gut, der kam nicht da hinten am Auto und weiß ich nicht, was er da macht. Ich habe doch Auto repariert, du Depp.